läuft einfach weg da denkt ich würde jetzt so gerne einfach nur aus rache wegen vor allem ich dachte schon die bianca kann doch nicht beide töten so schnell so gut ist er ja nicht mehr dachte ich ja außer weil ich durch einen glücklichen und unfall zu wollen aber beim paddler wie es manchmal nicht warum weiß man johnny warum weißt du bei mir denn nicht also du bist schon etwas gut könnte es eigentlich ein richtig guter csgo weil weil ich leuten sagen kann dass ich nicht treten mann hier weil du relativ manchmal gut schießt und ist das ich das nie gut johnny auch manchmal schon nein verstehe ich nicht irgendwie scheinen jetzt kommt der hat für euch dann ist es was cool ich dachte du kannst voll neben der sauer du hast du da mal verstecken in deinem loch ähm hast du da mal was das loch ist lame das loch ist nicht lame das loch ist lame hier haben wir da ein loch da sind alle ein genug ja aber ja okay bei mir geht noch mal was ich nehme mal ein motofahrzeug kleiner luchs da läuft einer da läuft einer da du da du und alles klar wenn ich nicht bin bist du ja ich werde ja auch was mich er hatte shotgun genommen bestatten ist glaube ich in 10 kippel kann und wenn ich jetzt kein tod bin ist es der paddel aber da seid ihr auch gleich wo eigentlich tot läuft einfach weg da war denkt wo seid ihr beide eigentlich stehen genau das war bei der sache habe ich das immer gemacht ich war so trader und die läuft ja so vorbei und landen im wasser sie auch noch das scout war verwechselt er schießt auf mich er meint aber die waffe paddel schießt auf mich paddel ja er ist es wer ist es paddler paddler ist es paddler ist es nein johnny lebt noch der redet noch nicht nein johnny redet noch nicht paddler ist es nein johnny redet noch nicht wir sind doomed paddler ist es wir hätten gerade gesehen ihr weiß nicht wo ich bin aber ich weiß wo er ist wo bin ich denn wenn er ein radar hat dann kann er nicht aufbauen scheiße ja diese scheiß waffen die ich alle nicht kenne auch hier waffen endlich mal hier gibt es zu Leuten versteht oh fuck den typ den ich gesehen habe war wirklich nicht paddler das war johnny aber ich bin nicht nur noch mal ich bin nur noch mal ich bin nicht im regen das ist genau Warum sollte ich dich denn umbringen? Ja, das hat er jetzt schon rausgefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin hinter dir schon. Was? Du bist hinter dir? Nein, bin ich nicht. Hätt ich jetzt auch gewusst, wenn du hinter mir wärst. Ja. Wo? Dann bist du ja gar nicht in deinem Versteck. Natürlich bin ich nicht in meinem Versteck. Ich weiß ja, dass du weißt, wo mein Versteck ist. Ach, ey. Warum soll ich denn da bleiben? Schatz, sag du mir mal, wo dein Versteck ist. Aber mit ich? Das ist ein Loch im Wasser. Oh, Schatz. Ich seh dich. Oh, Supermacht. Wo ist er? Wo ist er? Mit dein Loch, wo ist er? Mit deinem Boden! Auf! Auf! Au! 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 Mom hat ja nicht nachgeladen Weil du im Wasser warst, glaub ich Also ich war auf dem Leuchtturm, das ist mir wundervoll, wenn du kürzlich beim hier hinter dem Hütermeer gewesen wärst Paddler, du warst im Wasser deswegen Wollte es nicht Ey Paddler, werdet ihr denn erschossen? Wann wirst du, waa, waa Wieso wirst du erschossen? Wer hat dich denn erschossen? Bianca Scheiße Was? Freut mich, dass ich gekochen hab Ja Ich bin froh, wenn du bist, weil ich da geschossen hab Oh Alter, was ist das denn da? Ich bin so traurig, weil ich mehr Johnny Wall? Kannst du nicht zwei miteinander sein, oder? Das wär jetzt echt Arsch Arsch Ich war jetzt Können wir die vertrauen, oder dann? Dann Ja Und Ah, Pallasis Johnny, ich bin's Ja, das ist immer Paddler Ja Ah, also Lucky Okay Was? Was ist bei dir? Oder die, 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 äh, Bianca Oh Johnny, wir fahren nochmal Ja Ja, haben wir auch Spaß Ah Ah Nee Ach nee, Johnny, Johnny, Johnny Johnny Jani, Jani, Jani Ich würd dich jetzt so gerne töten Ich auch dich Ich, äh Komm Aber wir haben noch ne bissl, ne Wollt die beide rühren? Ich hab nix weiter Wir sind am Leuchtturm Im Aufzug Ja Hm? Hä? Hä? Ah 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 Ja, aber das, 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 das passt einfach Ja, den kann ich wirklich ändern, das passt Was war? Ich bin eben... Boah, da hat man hier... Wer hat denn? Jetzt hab ich rotes Bild? Was hab ich denn hier verfolgt? Der Fehler! Keine Ahnung. Könnt ihr mit dir reden? Hallo! Ja, wir können mit dir reden. Der Rest auch! Weil gar nicht so was... Ist nur der beste, aber... Ah! Die M16 hätte ja auch Dauerfeuer. Idiot. Hallo? Johnny? Hallo? Johnny? 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 Aki? Johnny? Bingo? Ja, wenn das wüsstest du, wo ich bin, Johnny, ne? Ist ja schön, oder? Kann das dir auch noch leben. Ja, wer liebt denn noch alles? Alles. Ja, ne? Paddler? 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 Dann ist das wohl, ne? Weil wenn er es nicht wäre, würde er nicht so tun. Das weißt du nicht. Oh, das ist so mit dem Radlverkanal. Das ist unangenehm. Und was hast du mit dem Server gemacht? Ja, ich schieße mich jetzt einfach so, weil ich Bock drauf hab. Ich dachte jetzt nicht, dass ihr euch gegenseitig seid, aber... Ich weiß, es ist blöd. Ich bin's nicht. Ich bin's auch nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Nicht sein. Warte, hast du nicht gesagt. Warte, ist es. Da geb ich auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich bin's. Das ist der Fallstuhl. Komm! Ist der Fallstuhl! Ich will auch auf den Leuchtturm. Ich will auch auf den Leuchtturm. Ich will auch auf den Leuchtturm. Ich bin aber nicht da. Ich will da hin. Au! Die Au! Ich denke, er ist gerade rückwärts und berg runtergefallen. Habt auch gesehen. Schatz! Was? Das war die einzig richtige Reaktion da drauf. Bin ich nicht mehr cool. Hey, stopp, warte, 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 warte! Ich nehm mich damit, du hast mich ausgeladen. Aua, warte! Ähm. Lucky Luke ist es anscheinend. Meinst du? Hm. Weil er jemanden getötet hat. Boah, wieso sollte man irgendwen töten? Das bringt doch gar nichts. Polopadler, bist du's? Was hast du für ne Waffe in der Hand? Warte, guck, ich zeig dir mal eben was. Nee, lieber nicht. Ich hab ne Leiche gefunden. Aha. Ich hab da so eine Leiche gefunden. Ich hab da so ne Ahnung, wer's sein könnte. Hm, ja, weiß ich nicht. Aber mein Entschluss steht noch nicht zu 100% fest. Ich mein, das kann ja nur einer von Zweiien sein, ne. Also ich oder du. Ich war mal im Shop, ich musste mir im Shop auch klarkommen. Wenn sie einen Aufzug hochkommen sehen, haben wir sie erst oben. Fuck! Lässt schon mal, ja? Was lacht denn hier nach? Hier ist ein Popcorn! Warte? Nein, Bianca ist es hier. Geht mal da ran! Loooooooy! Wie so lucky! Bera läuft ja bei den Kisten lang, äh, bei den Tonnen lang. Und da schießt alles mal auf die Dea drauf. Wolltest du dich töten? Trotzdem nur Ärger damit. Ich dachte, das tut dich bestimmt nicht. Ja, das tut dich bestimmt nicht, ne? Entschuldigung, Schatz. Hi, das tut dich, Mensch. Ja, ich hab's gemerkt! Ey, geh weg! Lass mich in Ruhe! Ey. Was macht die denn hier? Was ist passiert? Was macht die denn hier? Was macht die denn hier? So, ich wollt auch noch mal mitspielen. Ich wollte mal ein Trader sein. Scheiße! Was? Was? Ne? Oh, nicht lachen! Na? Na? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das denn? Ja, ich bin's immer! Wie immer! Ich bin's immer! Ja, ich! Ich bin's immer! Ja, ich bin's immer! Du! 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 Hey, Schätzchen! Mhm! Was war das? Ich muss gleich nochmal Tabletten schlippeln! Alles klar! Alles klar! Also, was ihr immer macht für Sachen, ist schon sehr schräg! Hallo, Donny! Hallo, Lucky! Sehen wir miteinander! Machst du's so, bist du nicht, oder? Nee! Also, ich glaube, wir müssen uns beide nicht, ansonsten hätten uns gehen wir hier schossen jetzt ein, aber nicht mal! Hast du unten links zwei rote Balken? Vielleicht? Nein, aber nicht! Ha ha ha! Ha ha ha! Hi! Dann geh ich! Oder Buchstabe! Lucky, Buchstabe immer in oder sind rückwärts? Ha 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 ha! Wie? Kennst du nicht? Wie, du kannst das nicht? Hallo? Warum ist der denn verletzt? Ja, weil ich runtergefallen bin, du fucking Berg! Warum schießt du auf uns? Ja, die Wässer schießt! Ja, ist klar! Hallo! Warum schießt du die ganze Zeit weiter? Du hast von mir geschossen! Dann muss es Paddler sein. Warum muss ich Sen sein? Ey, natürlich! Aber warum... Äh... Bist du jetzt nicht Lucky oder nicht? Hey, ich weiß nicht! Paddel, es ist! Wieso bin ich... Ja, du hast doch den Strahl da verpasst! Versteh' ich... Ja, ihr wisst ja auch, dass Bianca das immer noch sein kann, wenn sie diese blöde Waffe hatte, ne? Loll, Loll! Hä, der ist immer noch so Lucky! Wenn keiner nur der Paddel sei, der hat sich da... Ja! Ja! Shit! Hä? Also... Moment, wer habt ihr erschossen? Nicht nur! Ich war's aber nicht! Ja, ich war's, ja! Ach, Paddler war's, ne? Ja! Ja! Ja, ich hab's doch gewusst! Ich hab's doch gewusst! Meine Jöne! Ja, ich dachte auch so, hä? Warum... Wenn mit euren Aussagen sind wir sehr... Ich bin meine Rätung geschlossen! Habe ich sie erschossen? Die war's aber nicht! Ich wollte aber töten.. äh.. nicht töten... Euhhh! Hey! Komm halt her! yeah! Hey! Komm her! sensational! Jo- Aua! Ich will doch nicht auf dich, ich hab dich ja getroffen! Ich kann dich nicht messen. Ich kann dich nicht messen. Ihr habt alle die Vorteile, die sind von mir. Hm. Aber auch nur, weil du ein Mädchen bist. Ja, ich weiß. Ich brauche keine Hilfe. Er lag im Fenster, er hat gechillt. Ah, sowas, Schatz! Tschüss, Schatz! Ohne Witz! Ohne Witz! Sag mal, warum sagen die anderen beiden gar nichts mehr? Oh nein! Bianca, kannst du mir das bitte beantworten? Keine Ahnung! Also das finde ich ja nicht nett von dir, dass du die immer einfach umbringst, ne? Ja, ich find's auch nicht so nett von dir. Nein! Was die denn da? Oh lol, ich dachte, ihr wart beide tot. Ich hab Johnny erschossen. Also da hat er nur noch beines und noch was wie hebel. Ich dachte so, ja, schieß die mal tot. Nee, ich kann mal nicht mehr durchs Fenster drauf. Ich kann sagen, dass Bianca es war. Und dass sie es auch war, die mir entgegengekommen ist. Oh! Nee, nee, ich war es tatsächlich. Tatsache, ich war es. Dann hat mir eigentlich Bianca gesagt, wo sie ist, aber da oben war es du und ich ziehe. Wo macht ihr eigentlich? Hm, Bianca war ganz oben. Ja, also ich hab mit da oben, ja.